Der 18-jährige Nick Schmidt spielt mit dem Feuer und bringt sich damit in größte Gefahr. Sie ist einfach weggelaufen, Nick. Du hättest tot sein können. Lisa wird sicher ihre Gründe gehabt haben, okay? Was ist das? Das könnten Drogen sein. Die Ereignisse überschlagen sich und die Katastrophe nimmt ihren Lauf. Hey, stehen bleiben! Ihr Peiße! Mama! Komm zu sich. Was ist mit ihr? Ich bin Schmidt. Svenja ist weg. Die haben die Typen, der Svenja hat und des Schwerstkriminellen. Haben die Svenja gefunden? Ne, noch nicht. Hast du mit der gemacht? Das ist so ein Knall. Was soll mit der machen? Geht's noch, oder? Mit die Zeile, Hände hoch! Der 18-jährige Nick Schmidt und seine jüngere Schwester Svenja sind unzertrennlich. Kumpel Mirko Grasser macht die Skater-Klicke komplett. Hey, hey, do that brand new thing! Das Ding ist sowas von der Hammer, ey. Ja, jetzt geht wieder her. Was kostet zum Teil eigentlich? Sag ich nicht, ich war ein Geschenk. Und zwar für mich. Also geht wieder her. Oh, die große Unbekannte. Die drei merken nicht, dass sie schon die ganze Zeit beobachtet werden. Wann stellst du sie denn mal vor? Gar nicht. Weiß was, Herr. Ist dir das peinlich, oder was? Scheiße, Nick! Während sich Nicks neue Freundin einfach aus dem Staub macht, eilen Svenja und Mirko ihm zur Hilfe. Die Kamera zeichnet zum Glück weiterhin auf. Scheiße, Nick! Bist du okay? Lass du uns! Hey! Oh Gott! Mann! Scheiße! Hör mal den Krankenwagen an! Ich hab kein Handy hier! Ich auch nicht! Hilfe! Ein Passant wählt schließlich den Notruf. Neben einem Rettungsteam und einem Streifenwagen treffen wenig später auch Mia Schweiger und Max Brenner von der Kriminalpolizei am Tatort ein. Denn der Fahrer des Unfallwagens hat sich unerlaubt vom Unfallort entfernt und ist flüchtig. Nein, ich hab mir das Kennzeichen nicht gemerkt und ich kann auch die Karre nicht beschreiben. Ist doch auch egal, warum er über die Straße gelaufen ist. Dieser Idiot hat ihn einfach über den Haufen gefahren. Hallo. Hi. Hallo. Servus. Na, wie sieht's aus? Der Junge hat großes Glück gehabt. Er scheint auf den ersten Blick mit einer Gehirnerschütterung, Prellung und ein paar Abschürfungen davon gekommen zu sein. Okay, danke. Hallo, Schweiger und Brenner von der Kripo. Hi, Nick Schmidt. Haben Sie den Fahrer oder das Fahrzeug erkannt? Nee, ist ja auch nichts weiter passiert, oder? War ja nur ein Unfall. Hey, hey, langsam. Ich will nur nach Hause, okay? Ist nicht. Wir bringen dich auf alle Fälle ins Krankenhaus. Aber Sie haben doch gerade eben selbst zu ihr gesagt... Auf den ersten Blick, hat der Arzt gesagt. Also, Sie müssen mindestens geröntgt werden. Mindestens. Also fahren wir. Okay, danke. Tschüss. Wo bringen die meinen Bruder denn hin? Ins Krankenhaus. Können Sie dir noch was Süßiges beizutragen? Nein. Ihr Bruder wurde gerade von einem Auto angefahren. Meinen Sie nicht, Sie könnten etwas hilfsbereiter sein? Polizei ist nicht so unser Ding. Sie sollen sich auch nicht bei uns bewerben. Was ist denn das? Eine Kamera? Ja. Denken Sie, wir haben die gezockt, oder was? Nee, aber wenn Sie mitgefilmt haben, dann könnte uns das vielleicht weiterhelfen. Jedenfalls mehr als Ihre Aussage. Ja, Sie bekommen sie danach ja auch wieder. Also, danke. Aber nichts kaputt machen, ja. Das war ein Geburtstagsgeschenk von meinem Bruder. Ihr Bruder ist aber ganz schön großzügig. Und? Das ist verboten, oder was? Können wir jetzt gehen? Habt ihr die Personalien? Ja, dann schon. Tschüss. Während Nick ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht wird, eilt seine Schwester mit Kumpel Mirko zum Arbeitsplatz ihrer Mutter. Anne Schmidt ist alleinerziehend und hält sich und ihre beiden Kinder mit ihrem Job in einer Reinigungsfirma über Wasser. Mama! Hey, Süße! Ist was passiert? Nick ist im Krankenhaus. Was? Ja, nichts Schlimmes, glaube ich. Aber er wird von dem Auto angefahren. Oh nein! In welchem Krankenhaus ist er denn? Im Reihenhospital. Ich hab doch gesagt, dass ihr euch mit diesen Skateboards nochmal umbringt. Nick war gar nicht auf dem Bord, Mama. Wir fahren ins Krankenhaus. Ich komm nach. Ja. Auf der Polizeidienststelle sichten die ermittelnden Kriminalkommissare Mia Schweiger und Max Brenner unterdessen die Aufnahmen von Svenjas Videokamera. So viel sich die Kommissare auch von dem Video versprochen haben. Unglücklicherweise wurde nur die Beifahrerseite des Unfallwagens gefilmt. Eines ist jedoch klar. Hier geht es nicht nur um einen Unfall mit Fahrerflucht, sondern um einen gezielten Anschlag auf das Leben des 18-Jährigen. Im Leben war das kein Unfall. Der Wagen wartet da die ganze Zeit, bis Nick langläuft und dann gibt er Gas. Der wollte den Nick absichtlich überfahren. Das Problem ist, dass man zwar den Fahrzeugtyp erkennt, aber den Fahrer gar nicht. Ich lass das Kennzeichen mal prüfen. Ja, Brenner hier. Ich brauch mal bitte den Halter komplett für das Kennzeichen *** 264. Was? Okay, danke. Das Kennzeichen ist auf niemanden zugelassen. Dann hat er sich ein gefälschtes Kennzeichen ans Auto geklebt. Spricht er noch mehr für einen gezielten Anschlag. Das ist die Frage, wer das Mädchen hier ist. Nein, sie war auch schon weg, als die Kollegen da waren. Hundertprozentig wollte Nick zu dir. Ja, sie stand in der Nähe. Vielleicht hat sie den Fahrer ja erkannt. Wir sollten Nick fragen. Hallo, Schweiger von der Kripo. Ich würde gern mit dem Unfallopfer von heute Mittag sprechen. Nick Schmitz. Okay. Aber sollten da nicht noch ein paar Untersuchungen gemacht werden? Alles klar. Gut. Danke, tschüss. Nick hat sich selbst entlassen und ist nach Hause. Mit seiner Schwester und seiner Mutter. Ganz schön leichtsinnig. Dann sollten wir zu Nick fahren. Die Kommissare hoffen, dass Nick den Fahrer erkannt hat und sie den Täter schnell ausfindig machen können. Denn solange der Unbekannte noch frei herumläuft, ist auch die Gefahr für den 18-Jährigen nicht gebannt. Ein weiterer Anschlag auf ihn ist nämlich nicht auszuschließen. Nach viel Kohle sieht das hier aber nicht aus. Hast du das erwartet? Ja, der Junge hat seiner Schwester eine Kamera geschenkt. Die Dinger kosten doch bestimmt 200 Euro, oder? Guten Tag. Guten Tag. Schweiger und Brenner von der Kripo. Ist der Sohn zu Hause? Nein. Kommen Sie rein. Wie, ihr müsst mit dem Sohn reden, wo ist er denn? Ich hab keine Ahnung. Das Krankenhaus hat uns gesagt, dass er sich selbst entlassen hat. Ja, ich wollte, dass er noch da bleibt, zur Sicherheit. Aber Nick ist manchmal so ein Sturkopf und da ließ er nicht mit sich reden. Das ist auch seine Entscheidung. Wo finden wir ihn denn? Ich weiß es nicht. Er ist mit nach Hause gekommen, hat ein paar Sachen zusammengepackt und ist dann wieder verschwunden. Wie verschwunden? Er hat nicht gesagt, wo er hin wollte. Ganz im Gegenteil. Er meinte sogar, es wäre besser, wenn ich es nicht wüsste. Hat er was angestellt? Ist seine Schwester denn zu Hause? Nein, sie ist auch nicht da. Sie ist mit Mirko unterwegs. Haben Sie denn die Handynummer von Ihren Kindern? Ja, ich schreib sie Ihnen auf, gerne. Das sieht jetzt so aus, als würde ich mich nicht um meine Kinder kümmern. Das ist aber nicht so. Die beiden sind 16 und 18 Jahre alt. Ich kann denen noch nicht die ganze Zeit hinterherlaufen. Ich bin keine Rabenmutter. Ja, das sagt auch keiner. Aber im Moment sieht es leider danach aus, als würde es sich nicht um einen Autounfall mit Fahrerflucht handeln, sondern um einen gezielten Anschlag auf das Leben Ihres Sohnes. Was? Können wir uns im Zimmer Ihres Sohnes mal umschauen? Ja, wenn das sein muss. Ich glaube aber nicht, dass Sie irgendwas finden werden. Was suchen Sie denn? Irgendetwas, was erklärt, warum jemand absichtlich Ihren Sohn umbringen sollte. Aber Nick ist doch das Opfer. Er hat doch nichts angestellt, oder? Das können wir noch nicht sagen. Sieht das hier immer so aus? Nein, natürlich nicht. Nick ist eigentlich sehr ordentlich. Dann hat er es wohl sehr eilig. Geht Ihr Sohn noch zur Schule, oder arbeitet er? Er macht eine Ausbildung zum Veranstaltungstechniker. Und bekommt da 350 Euro, wenn ich das richtig sehe. Ja. Okay, und wie kommt es denn, dass er über 4.000 Euro auf seinem Konto hat? Was? Oh. Haben Sie das hier schon mal gesehen? Nein, was ist das? Es könnten Drogen sein. Ist er Dealer? Kommen daher die 4.000 Euro? Nick ist Sportler. Er trinkt noch nicht einmal Alkohol. Ich weiß nicht, wie das Geld hier auf das Konto gekommen ist. Aber eins weiß ich ganz genau. Nick hasst Drogen. Er würde niemals dealen. Niemals. Okay. Hat Ihr Sohn sich in letzter Zeit irgendwie verändert? Ja schon, aber doch nicht wegen Drogen. Er hat eine neue Freundin. Und deswegen ist er schon mal öfter weg. Er ist einfach total verknallt. Und wie heißt diese Freundin? Mütter erfahren das immer zuletzt. Könnte Ihre Tochter irgendwas wissen? Kann schon sein. Nick und Svenja sind ein Herz und eine Seele. Bei Nicks jüngerer Schwester Svenja und Kumpel Mirko liegen unterdessen die Nerven blank. Seit der 18-Jährige nach seiner Krankenhausentlassung seine Tasche gepackt hat, haben die beiden nämlich auch nichts mehr von ihm gehört. Und was machen wir jetzt? Nick, wir warten, dass Nick sich meldet. Tut er doch eh nicht. Jetzt tu doch das Handy weg. Du weißt doch, dass deine Mom dran ist. Das könnte aber auch Nick sein. Scheiße. Die Bullen bauen wir uns zu Hause. Wir denken, dass der Typ Nick mit Absicht überfahren hat. Warum das denn? Es gibt doch nur eine Erklärung. Der Koffer. Und jetzt? Sagen wir das den Bullen oder nicht? Keine Ahnung. Kommt da nicht alles raus? Früher oder später kommt ja alles raus. Wie denn, wenn alle die Klappe halten? Wenn jemand wirklich versucht hat, Nick umzubringen. Ich meine, das ist echt eine Nummer zu krass. So oder so, wir müssen das erst mit Nick checken. Wo ist er, wenn man ihn braucht? Weiß nicht. Vielleicht bei seiner Tussi? Wir bringen uns jetzt auch nicht weiter, oder? Die kennen wir ja nicht. Okay, dann warten wir, bis Nick sich meldet. Und bis dahin bleiben wir dabei, dass wir nichts wissen. Wenn du meinst. Meiner Mutter gehen wir bis dahin besser aus dem Weg. Die Jugendlichen teilen ein dunkles Geheimnis, das Nick beinahe das Leben gekostet hätte. Die Kriminalkommissare Mia Schweiger und Max Brenner haben unterdessen am Treffpunkt der Clique ihren Beobachtungsposten bezogen. Und tatsächlich sind Svenja und Mirko dort mittlerweile aufgetaucht. Wie kannst du nur schlafen bei dem ganzen Kaffee, den du immer trinkst? Ich schlaf nicht, ich denk nach. Aha, und worüber? Es sieht doch alles dann noch aus, als ob es hier um Drogen ging, oder? Mhm. Ja, ich bin's, Max. Habt ihr schon rausgekriegt, was das jetzt für Pillen sind? Ja, ich will doch wenigstens mal nach... Hey, ich wollte nur nochmal... Ja, ist gut. Ich hab dir doch gesagt, du sollst dem Kollegen im Labor nicht auf die Nerven gehen. Ich bin mir sicher, dass die Pillen drohen sind. Ja, was auch immer. Svenja hat auf jeden Fall Bescheid gewusst. Und warum lügt sie denn? Um ihren Bruder zu schützen. Oder sich selbst. Oder einfach, weil sie es kann. Ich meine, die ist 16, die lügt wahrscheinlich aus Gewohnheit. Mhm. Trotzdem, die hat ein ziemlich enges Verhältnis zu ihrem Bruder. Die sollten auf jeden Fall dranbleiben. Ich denk, das ist die beste Chance. Wird die nicht mal keimt? Schau mal, die brechen auf. Die Kommissare sind den beiden Jugendlichen bis zu einer Kneipe gefolgt. und lassen die Teenager in den nächsten beiden Stunden nicht mehr aus den Augen. Das Verhalten von Nicks jüngerer Schwester und Mirko wirft Fragen auf. Ich würde ja verstehen, wenn die da reingehen, bei der Schweinekälte. Aber die stehen jetzt seit über zwei Stunden einfach nur vor dieser Tür rum. Was soll das denn? Warten die auf wen oder was? Verstehst du das? Nö. Wollen die den jetzt überfallen oder was? Der hat einen Autoschlüssel in der Hand? Ist doch schon besoffen, der kann jetzt nicht Autofahren. Was machen die? Svenja und Mirko folgen dem alkoholisierten Mann bis zu einer Ecke und legen sich dort auf die Lauer. Was dann allerdings passiert, damit hätten die Kommissare niemals gerechnet. Und so etwas haben sie in ihrer gesamten Polizeilaufbahn auch noch nicht erlebt. Was soll denn das für ein Warten die? Ach du Scheiß. Das war doch nie im Leben ein Unfall. Der hat sich doch mit voller Absicht auf das Auto gestürzt. Ist das eine Show oder wie? Was soll denn die Nummer jetzt? Es geht um Kohle. Ich glaub's ja nicht, diese Bieste. Okay, komm jetzt reicht's. Hey Polizei, was ist hier los? Hey, stehen bleiben! Eifel! Dann an die Wand, umdrehen! Hände hoch, Hände hoch. So. So, dann klär uns mal bitte, was die Aktion gerade sollte. Machen Sie das öfter? Kommt daher das Geld auf Nix Konto. Verdienen Sie Ihr Geld damit, betrunkene Autofahrer zu repressen. Und wenn schon? Und wenn schon? Wir versuchen gerade rauszufinden, wer Ihren Bruder umbringen wollte. Wenn Sie das öfter machen, dann kann es durchaus sein, dass es eines Ihrer Opfer war. Ist die Sache hier auf dem Mist Ihres Bruders gewachsen? Und wenn schon? Hey, mit dem Geld. 230 Euro. Wie oft klappt das? Oft? Ja, meistens. Die Leute haben total Schiss in mir in den Lappen. Und wenn wir dann drohen, die Polizei zu rufen, dann blechen die meisten. Tja, da kommt eine Menge Ärger auf Sie zu. Ich würd sagen, Sie kommen erst mal mit. Dann können Sie vielleicht auch erklären, wo Nick ist. Keine Ahnung. Wahrscheinlich bei seiner Freundin. Name? Keine Ahnung, ehrlich. Irgendeine Schickimicki-Ziege vom Gymnasium. Wir kriegen schon raus, wer sie ist. Hey. Nach der Befragung der Jugendlichen wissen die Kommissare immer noch nicht, wer Nicks Freundin ist. Kriminalkommissarin Mia Schweiger hat daraufhin das Internetprofil des 18-Jährigen überprüft und den Screenshot aus dem Unfallvideo mit seiner Freundesliste verglichen. Der ist seit drei Monaten mit dem Mädchen zusammen und weder Freundin noch Familie kennen Sie? Das stimmt aber nicht. Ist sie das? Ja, das ist sie. Klamotten sehen nach Geld aus. Und das, was die Schwester über sie gesagt hat, klingt auch nach Geld. Ja, vielleicht wollte sie nicht, dass jemand von der Beziehung zu Nick erfährt. Ich habe ihr Profil mal ausgedruckt. Auf diesem Profilbild, dann sehen die alle gleich aus. Ja, Schweiger hier. Ich brauche die Meldeadresse von Lisa Münchhoff. Geboren 28.11. Ja, wahrscheinlich 97 oder 98. Ja, sagen wir zwischen 96 und 2000. Ja, 17 Jahre. Es kommt hin. Adresse? Okay. Und die Telefonnummer? Alles klar, gut. Danke, tschüss. Dann stürzen wir den Dammel mal einen Besuch. Brenner? Stefan hier aus dem Labor. Wir haben euer Ergebnis. Es ist ein Potenzmittel. Was? Ja, ein Potenzmittel. Was will ein 18-Jähriger denn mit Potenzmittel? Ist das Zeug illegal? Nee, nur verschreibungspflichtig. Aber mit einem Rezept bekommt man das in jeder Apotheke. Okay, dank dir. Eigengedarf oder hat das Zeug vertickt? Zeit, den Geld zu finden. Ich würde sagen, wir bestellen Lisa Münchhoff mal hierher, machen das Ganze ein bisschen offizieller. Ich kann das interferین mal hier her, mal hierher. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.